Genau heute, vor einer Woche, war ich auf dem Fußballturnier und in der Halle standen auf dem Platz Ibrahim, Lars, Sabri, Adam, Mikael, Damian, Theo, Jakob, Finn, Younis, Heile, Benjamin, Yassin und viele andere. Und ich saß da und ich habe gedacht, ja, das sind unsere Wünsche, Jungs, das sind unsere Wünsche, Kinder, das ist Bonn und das ist unser Deutschland.